Ja, Shalom zusammen und Gottes reichen Segen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem es um einen aktuellen Artikel gehen soll von einem Gerichtsreporter, der aufgedeckt hat, dass ein IS-Kämpfer, der jetzt auch angeklagt wird, die Absicht hatte, Michael Stürzenberger und Irfan Pizzi zu ermorden. Und da schauen wir in diesen Artikel mal rein und schauen dann auch etwas in die Bibel, aber uns auch ein Koranvers an, um den ganzen Kontext mal deutlich zu machen. In diesem Artikel vom 14.8. wurde nämlich folgendes berichtet. Tarek S. ist der Vorbereitung von Anschlägen für den islamischen Staat angeklagt. Kurz zuvor hatte der Zeuge berichtet, dass Tarek S. offenbar fürchtete, von einem Dämon besessen zu sein, was durchaus möglich ist, wenn wir uns gleich anschauen, was der so im Kopf hatte. 2015 heiratete er eine Frau aus den Niederlanden, die sich ebenfalls dem IS angeschlossen hatte. Gleiches gilt dafür, dass er in Chats geäußert habe, ihm sei die Hamas zu liberal, sein Weg sei mehr der IS. Ja, man kann ja wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte sein, wenn man glaubt, die Hamas sei zu liberal. In der Charta der Hamas steht geschrieben, deren Ziel ist das Töten von Juden und die Auslösung Israels. Und das ist hier dem IS-Sympathisanten anscheinend zu liberal. Also da kann man ja nur dämonisch irgendwie belastet sein. Weiter heißt es in diesem Artikel, bei dem 30-jährigen Angeklagten handelt es sich um einen schlechten alten Bekannten. Bereits 2013 reiste der ägyptischstämmige Deutsche nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen. Dort nannte er sich Osama der Deutsche. Seine Gesinnung zeigte er etwa in einem Video, in dem er so tat, als fühle er einer enthaupteten Leiche den Puls und höhnerisch fragte er dann, was fehlt ihm denn? Also da gab es eine enthauptete Leiche in Syrien, vom IS getötet und über diese enthauptete Leiche hat sich dieser IS-Terrorist auch noch lustig gemacht. Und da sehen wir schon, in welcher Geisteshaltung sich dieser Mann befunden hat und leider noch befindet. Aber jetzt schauen wir uns an, was außerdem geschrieben steht, auf wen ist dieser IS-Terrorist außerdem abgesehen hat. Denn zwischenzeitlich hieß es, Schlüsselfiguren der islamfeindlichen Szene, wie etwa Michael Stürzenberger oder Irfan Pezi sollten getötet werden. Im netzen Hinweis des BKA wurde davon ausgegangen, dass Tarek S. in der aufgeheizten Stimmung nach dem 7. Oktober mit einem LKW in eine Pro-Israel-Kundgebung fahren wolle, um Juden und andere Israel-solidarische Menschen zu töten. Und Irfan Pezi und Michael Stürzenberger sind auch Israel-solidarisch. Ist ja logisch, mit wem sollen wir uns solidarisieren im Nahen Osten? Mit den Hamas-Terroristen, mit den Hezbollah-Terroristen, mit den Houthi-Terroristen, mit den Mullah-Terroristen. Ist ja klar, dass man da auf der Seite Israel steht, vor allem als Christ. Derzeit wird von einem Urteil am 27. August ausgegangen. Wir sehen also, es gibt Neues über Michael Stürzenberger und Irfan Pezi zu berichten. Da sieht man, wie gefährlich diese Islam auf Klärer auch leben. Und dieser IS-Sympathisant hat tatsächlich es abgesehen gehabt und hatte das Ziel verfolgt, die beiden auch zu töten. Nun, wir werden sehen, wie die Verhandlung da ausgeht am 27. August. Ich meine, alles andere als ein Schuldspruch und ein paar Jahrzehnte Gefängnis wäre wieder mal eine große Überraschung. Aber wir wissen, in Deutschland ist es nicht verwunderlich, wenn es zu einer Überraschung kommen könnte. Schauen wir uns mal an, was Jesus prophezeit über die Zeit, in der wir uns heute befinden. In Johannes 16, Vers 2 und in Offenbarung 20, Vers 4. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott an den Dienst zu erweisen. Und das sehen wir ja auch heute nicht nur beim IS oder bei der Hamas. Da denken ja alle, man tut Gott an den Dienst erweisen, wenn man Juden und Christen tötet. Und dies werden sie euch antun, jetzt die Begründung, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Denn die ganzen Islamisten, die kennen weder Yahweh, den himmlischen Vater, den Gott der Bibel, noch seinen Sohn Jesus Christus. Denn im Koran heißt es in Sohn 9, Vers 30, verflucht sind alle von Allah. Die glauben, Jesus sei der Sohn Gottes. Und da sehen wir schon, wo die Reise da auch hingeht. Und dann heißt es, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Mordes Gottes willen. Aber sie wurden wieder lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Und so haben wir auch gesehen, wie der IS und andere Islamisten weltweit ja auch gläubige Menschen enthaupten. Das sind eigentlich die einzigen Menschen, diese Terrororganisation, diese Islamisten, die Menschen enthaupten und glauben. Sie tun Gott auch noch einen Dienst damit, weil sie eben weder den wahren Gott noch den wahren Jesus erkannt haben. Und so wird es eben auch in der Drangseit sein. Viele Christen werden um des Zeugnisses Jesu, weil sie Zeugnis von der Wahrheit abgeben, getötet, enthauptet von Menschen, die nichts mit dem wahren Gott zu tun haben. Und das tun sie auch um des Wortes Gottes willen, nämlich an das Wort Gottes der Bibel, woran sie glauben. Aber letztendlich gibt es für diese wahren Christen ein Happy End. Denn sie werden auferstehen zu ewig lebendigen Geistwesen und regieren über tausend Jahre mit Jesus Christus und auf der neuen Erde, mit anderen Worten, in Ewigkeit. Schauen wir uns mal an. Einige Islamisten glauben ja, wenn sie sich und andere in die Luft sprengen, dass sie von Allah im Paradies mit 72 Jungfrauen belohnt werden. Guter Witz. Offenbarung 21 und Offenbarung 22. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und mit Geräuel befleckten und Mörder. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Der Feuersee, bekannt auch als die Hölle. Glückselig sind die seine Gebote tun, die Gebote Gottes, damit sie Anrecht haben. An dem Baum des Lebens, draußen aber, sind die Mörder. Mit anderen Worten, Mörder. Laut Islam mögen die vielleicht ins Paradies kommen, aber laut Bibel werden sie in der Hölle lang. Das ist das, was auch die Bibel sagt. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Es sei gut oder böse. Mögen wir Christen vieles Gutes tun, damit wir Gutes erben. Denn diejenigen, die böses erben, werden gerichtet von Jesus Christus am Ende der Tage. Und ich habe großen Respekt vor Islamaufklärern, denn die leben sehr gefährlich. Und Irfan Pezi macht diesbezüglich sehr gute Arbeit, genauso wie Michael Stürzenberger. Es gibt aber auch Islamaufklärer, die zwar über den Islam aufklären, gleichzeitig aber sagen, dass alle Katholiken, alle orthodoxen Christen und alle Christen, die AfD wählen, in die Hölle kommen. Und somit hetzen sie automatisch gegen Christen, weil sie meiner Meinung nach niemals die Bibel verstanden haben und eigentlich nichts mit Jesus zu tun haben. Hier ein kleiner Aufschnitt. An alle, die AfD wählen, ihr geht alle verloren. An alle Christen, die AfD wählen, ihr geht alle in die Hölle. An alle Christen, die AfD wählen, ihr geht alle in die Hölle. Jeder Christ, der AfD wählt und gegen die Flüchtlinge zu Werke geht, ist nicht wiedergeboren und kommt auch in den Feuersee. Und es ist doch richtig so. Und es ist doch richtig so. An alle Christen, die AfD wählen, ihr geht alle in die Hölle. In diesem kleinen Videoausschnitt haben wir am Anfang Danny Evangelistchrist gesehen, der vor allem auf TikTok sein Unwesen treibt und der in jedem Geodreieck eine Illuminatenpyramide sieht und wahrscheinlich vor der Chiobspyramide stehend einen Herzinfarkt bekommen würde. Und dann haben wir den Anführer dieser Sekte gesehen, nämlich Reza Rappur. Und dem folgen einige auf TikTok, aber immer weniger, weil immer mehr ausgestiegen sind. Und er sagt, alle Katholiken kommen in die Hölle, alle orthodoxen Christen kommen in die Hölle und, ihr habt es gehört, alle Christen, die AfD wählen, kommen auch in die Hölle. Nun, da ihr von Pez die AfD wählt und ein Christ ist, kommt er laut Reza Rappur also auch in die Hölle. Und da sehen wir schon nicht Anis Namen aufklärer, sind wirklich wahre Christen laut Bibel. Schauen wir uns mal an, was Jesus sagt in Matthäus 5. Da heißt es, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und einen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Und Jesus sagte außerdem nicht nur, dass wir als Christen natürlich friedfertig sein sollen, sondern Jesus sagte auch, genauso wie Paulus, dass wir nicht richten sollen, also nicht sagen dürfen, der kommt in die Hölle und die kommt in die Hölle, weil wer das tut, hat laut Bibel, ist schon verurteilt. Er ist schon als schuldig gesprochen worden, laut Bibel von Jesus und wird ebenfalls ernten, was sie gesehen haben. Und deswegen kann man nur warnen vor solchen Christen, in Anführungsstrichen, die sich genauso geistig verhalten wie die Islamisten und genauso gegen Christen hetzen, die Islamisten. Da ist der Heilige Geist nicht am wirken, das ist ein anderer Geist, der davor herrscht. Wir schauen aber auch nochmal in den Koran, da heißt es in Surah 5, Vers 51, Die Frevler sind die Juden und Christen und alle Muslime, die mit Juden und Christen befreundet sind, die werden ebenfalls dann als Frevler abgestempelt von Allah und Mohammed. Also hier sehen wir, wie soll sich ein wahrer Moslem in einem deutschen Land zum Beispiel integrieren, wenn sie sagen, man darf keine Juden und Christen zu Freunden haben. Nun, für uns Christen spielt das überhaupt keine Rolle, ob irgendein Moslem mit uns befreundet sein will. Wir haben den besten Freund, den es gibt auf diesem Planeten, denn Jesus sagt in Johannes 15, Vers 12, Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und Jesus sagt, ja, liebt ihr mich, dann haltet die Gebote Gottes. Was ja auch nicht im Christentum allgegenwärtig ist, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, unser bester Freund, das ist Jesus Christus, der König, der Könige, der Herr, der Herren, das Alphantäumega, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben der Sohn Gottes. Und auf ihn vertrauen wir. Wir schauen uns aber nochmal etwas aus dem Alten Testament an, nämlich in Micha 3, Vers 5 und Jesaja 3, Vers 18. Da heißt es, so spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Und Mohammed laut Bibel ist ja ein falscher Prophet, der viele Menschen irregeführt hat. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen, die Friede rufen. Salam Aleikum. Islam heißt Frieden. Wenn ihre Zähne etwas zu beißen haben, aber dem einen heiligen Krieg erklären, einen Dschihad, der ihnen nichts ins Maul gibt. An jedem Tag wird der Herr die Halbmonde wegnehmen, das Symbol des Islam. Und so kennen wir das ja auch, viele Muslime sagen, Islam heißt Frieden. Aber man muss kein Genie sein, um festzustellen, dass das nicht stimmt. Islam heißt Unterwerfung. Man unterwirft sich der Scharia dem Gesetz Allahs und Mohammeds. Denn Frieden heißt Salam. Deswegen sagt man ja Salam Aleikum und nicht Islam Aleikum. Aber natürlich klingt das immer schön, wenn man sagt, Islam heißt Frieden, obwohl das genau das Gegenteil ist. Mohammed war ja das beste Beispiel dafür. Nur wenn es hier heißt, wenn die Zähne etwas zu beißen haben, dann rufen sie Frieden an der Supi. Ich habe ja von Steuergeldern lebe ich ja ganz gut. Kindergeld gibt es auch für ihn in Deutschland. Aber wenn die da nichts mehr zu essen haben, wenn man ihnen irgendwas kürzt, dann erklärt man als Islamist gleich den Dschihad, den heiligen Krieg. Und das ist sehr passend für die heutige Zeit auch in Deutschland. Deswegen beten wir, dass Michael Stützenberg auch bald wieder auf die Beine kommt. Und beten wir, dass viele noch zum wahren Gott der Bibel, zum wahren biblischen Jesus Christus kommen, damit sie die Wahrheit erkennen. Denn Jesus sagte, die Wahrheit wird euch freimachen, auch vom Islam. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal. Vielen Dank an alle, die das tun. Meine PayPal-Adresse zum Beispiel findet ihr in der Videobeschreibung und zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie nicht den Koran, lesen Sie die Bibel, fragen Sie den wahren Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König der Könige, der Richter der Welt, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und by the way, free Palestine from Hamas und Gott segne Israel. Amen und by the way, free Palestine from Hamas und Gott segne Israel.